Die reformierte Kirche in drei Wörtern beschreiben, da kommt man spontan in den Sinn, mal einerseits das Haus Gottes, dann ich finde sie nüchtern und bescheiden. Ich finde an der reformierten Kirche wichtig, dass ihr Engagement stark ausgelegt ist über ihre Stiftung Hex, wo sie verschiedene soziale Projekte unterstützen. Das ist für mich wichtig, dass das auch ein grosser Teil des Engagements ist. Aber auch, dass die Kirche da ist, dass sie sich für Gesellschaft einsetzt, wieder natürlich mehrheitlich für randständige Leute, die sonst nicht eine Stimme haben, und Lösungsansätze versuchen zu präsentieren, dass es diesen Leuten besser geht. Ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, jetzt im Zusammenhang mit der reformierten Zeitung natürlich, dass es Fragen beantwortet, gewisse Lebensfragen, wo man vielleicht unter Umständen Hilfe braucht. Es kann ja eine Krise sein oder auch sonst irgendwo in eine gewisse Richtung gestossen wird, dass es dort Antworten gibt, wo man sonst allenfalls viel Geld muss ausgeben für einen Psychologen.